jo hallo leute es ist mal wieder der boy heute zu einem sehr brenzligen thema und zwar königs koala montana hat keinen zugriff auf den rap bereich aber gott sei dank ist ein kleiner hacker und kommt natürlich über die top 15 auf der startseite rein aber ich habe jetzt einen kleinen cheat gefunden wie man zu den rap frets kommt es sind halt wirklich versteckt auf der seite gehen wir erst mal auf die startseite ja also wir müssen zuerst community benutzerliste dann auf die letzte seite dann auf tubarenk klicken ihn als freund hinzufügen eine freundschaftsanfrage schicken ja damit er uns auch annimmt okay so der erste schritt ist getan ja jetzt müssen wir in der suche noch kurz ein codewort eingeben was stand da nehmen wir das ist das codewort es ist auch nicht wichtig dass hier keine treffer erzielt wurden sondern das alles diente dazu um schließlich zugriff auf die rap frets bekommen zu haben so jetzt aktualisieren wir die seite wir gehen zuerst auf die startseite aktualisieren und die rap frets sind da ja leute das war mein video ein kleiner cheat wie man zu den rap frets kommt bis nächstes mal